Warner Bros Pictures und Barefoot Films präsentieren Warum guckt die mich so besser an? Sie schaut nicht besser. Sie schiebt mich nicht. Wieso wissen Sie das? Sie ist meine Ex-Frau. Sie ist ihr Ex-Frau? Tin Schweiger Als Bewährungsauflage wird ihm auferlegt, 300 soziale Arbeitsstunden abzuleisten. In einer städtischen Kindertagesstätte. Guten Morgen, Guto! Schicke Brille. Schleimer. Nora Tschirmer Jetzt fass mal auf, klug Scheiße. Du kannst ja auch gerne eine auf Arbeitsverweigerung machen, aber dann kostet es mich einen Anruf bei deinem Bewährungshelfer und du gehst und schnappst. Ja, du mich auch, du wirst ganz. Jetzt reicht's, du gibst mir jetzt dein Telefon. Mann, das ist eine SMS. Ich werde wohl eine SMS lesen dürfen. SMS sind auch verbunden! Kein Ohrhasen. Schade dich. Der hat ja gar keine Ohren. Ich will trotzdem schön aus. Wenn er keine Ohren hat, ist es kein Hase. Pass auf, Vierauge! Vierauge? Arschloch. Du blöder Arsch, Arsch! Pimmel. Ich bin locker. Wenn ich will, kann ich mich total gehen lassen. Ich bin ein wildes Tier im Bett! Eventuell habe ich in der einen oder anderen Situation emotional überreagiert. Schau mal, liest du das ab? Quatsch. Hast du das getippt oder wenigstens mit der Hand geschrieben? Ludo, ähm, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Til Schweiger und Nora Tschirmer in der schönsten romantischen Komödie des Jahres. Mit Matthias Schweighöfer, Rick Kavanian, Christian Tramitz, Jürgen Vogel, Wladimir Klitschko, Yvonne Katterfeld, Armin Rude, Wolfgang Stump. Ab 20. Dezember im Kino. Ich dachte eigentlich, du wärst eine totale Flasche im Bett. Komisch, ich habe dasselbe von dir gedacht. Ich war mal Leistungstonerin. Oh. Es ist zu late, es ist zu late, es ist zu late. Ich sage es zu late. Ich sage es zu late. Ich sage es zu late.